Hallo ihr Quirlinge, in dieser Episode von Baldur's Gate 3 kommt es, wie es kommen musste. Dringil ist Wachs in Halsins starken Händen, aber das gleiche gilt auch umgekehrt. Los geht's! Also ich muss ja sagen, an dieser Sammelquest, die wir in der letzten Episode gestartet haben, die Sammelquest rundum schnibbelt den Clown, an der habe ich jetzt schon Spaß, sowas triggert mich ja als Let's Player, wenn ich irgendwas sammeln kann, was irgendwo versteckt ist. Ha! Wunderbar. Sehr schön. Dass es unbedingt Körperteile sein mussten, naja, dann auch noch von einem Clown, aber Schwamm drüber. Da ist Halsin und hat irgendetwas herausgefunden und hat sich auch sehr, 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 sehr hautenge Lederhosen angezogen, wie Dringil sofort bemerkt. Kratzer jetzt im Weg. Und wir hören mal, was er zu erzählen hat. I never quite realized how burdened I was, until I met you. Oh. The threat of the shadow curse, the politics of the grove. I was forgetting who I was. But you lifted the fog. Thank you. Das kommt ein bisschen überraschend und so sieht Trinkil auch aus. Ähm, naja, er wird die Hose nicht umsonst angezogen haben, wa? Der Nebel hat sich also gelichtet. Und was habt ihr da entdeckt? You. I discovered you. I have lived a very long time. I have taken many lovers. My heart does not stir lightly. But it does now. Wow. Was für eine, was für ein Geständnis. Also, Halsins Nebel hat sich gelichtet, nachdem die ganze Schattenfluch und, äh, Smaragdai-Geschichte, ähm, geklärt ist und er beides hinter sich gelassen hat. Ja, zumindest für den Augenblick. Und hinter dem gelichteten Nebel hat er Trinkil entdeckt. Euch habe ich entdeckt. Ich habe ein langes Leben gelebt. Ich hatte viele Liebhaber. Mein Herz entflammt nicht leicht. Doch nun ist es geschehen. Viele Liebhaber. Vielleicht entflammt euer Herz leichter, als ihr denkt. Das ist etwas, was Trinkil nun wirklich nicht sagen sollte. Ich dachte, ihr wärt an die Natur gebunden. Dachte Trinkil das? Ne, sowas denkt Trinkil nicht. Ihr schmeichelt mir doch. Ich bin nicht interessiert. Nö, ich habe ja gesagt, jeder, der hier baggert, da baggern wir mit. Und wenn ich es denn, wenn ich es denn als solches erkenne, das war schon einige Male nicht der Fall. Und wenn die Situation es gerade zulässt. Also wenn wir jetzt irgendwie mitten in einem Kampf sind und jemand baggert, dann nein. Ne, haben wir Besseres zu tun. Aber hier, kein Problem. Was wollt ihr mir damit sagen? Ich möchte mehr als zu kämpfen, oder zu sitzen bei der Campfire mit dir. Ich möchte dich mit dir unter den Stars und fühlen deine Haut gegen meine. Ich denke, du fühlst den gleichen Weg. Warum sonst würde du so interessiert über, ob ich ein Liebhaber hatte, bevor. Aber sag mir, ich bin falsch. Und das Ganze kann sich resten. Ich will nicht, dass wir unsere Freundschaften haben. Aber ich muss wissen, ob es etwas mehr sein kann. Haben wir das mal gefragt? Weiß ich gar nicht mehr so genau. Sag mir, dass ich mich täusche. Und ich werde es nie wieder ansprechen. Ich möchte unsere Freundschaft nicht belasten. Aber ich muss wissen, ob mehr zwischen uns sein könnte. Hm. Ohohoho. Wenn ich mich mit einem dummen Muskelprotz paaren wollte, würde ich ein tiefen Rotet verführen. Also, diese Gesprächsoption definiert Gemeinheit neu. Und hebt sich auf ein ganz neues Level, finde ich. Ohohohoho. Das ist wirklich, also... Wer kommt in dieser Situation auf so eine Gesprächsoption? Ei, ei, ei. Also nein, Option 3 ist definitiv aus dem Spiel. Es tut mir leid, aber so sehe ich euch nicht. Also als potenziellen Partner. Das ist ja auch ausgeschlossen, so wie ich dringend anmoderiert habe vor vielen Episoden. Deswegen bleibt nur Option 1 und die passt ja auch am allerbesten. Ich kann mein Interesse nicht verhehlen. Doch ich bin bereits in einer anderen Beziehung. Du hast mit Will, Körper und Seele verbunden. Sein Schmerz fliegt auf deiner Haut. Wenn es nichts zwischen uns gibt, muss es mit seinem Verhältnis sein. Und vielleicht irgendwann seine Partizipation. Ei, 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 ei. Also... Man muss ihm lassen. Er spricht klar seine Wünsche aus. Man kann nicht behaupten... Also man kann Hals ihn nicht irgendwann vorwerfen. Das wusste ich nicht. Ich wusste gar nicht, dass du das willst. Das kann man nicht sagen. Also nein, das ist ausgeschlossen nach dieser Wortmeldung. Ihr seid mit Leib und Seele ein Bund mit Will eingegangen. Sein Geruch liegt auf eurer Haut. Und wenn zwischen uns etwas sein soll, bedarf es seiner Einwilligung. Und eines Tages vielleicht auch seiner Beteiligung. Kontenors. Auch wenn es gerade sehr schwer fällt. Also Option 4 schließe ich aus. Weil ich habe ja gesagt, dass Triggi dann auch wechselt. Wie soll man sagen? Viele Mütter und Väter haben schöne Töchter und Söhne. Insofern... Wer zuletzt kommt, malt zuerst quasi. Oder malt jetzt aktuell. Ich will euch betrachtet, mein Verhältnis mit Will als Welt. Das ist natürlich auch ein bisschen sehr rüde. Nein, das wollte er auch nicht machen. Ich werde mit Will reden. Oder mein Herz teilen. Was meint ihr damit? Ja, das gibt ihm natürlich richtige Pluspunkte. Denn er sagt... Also ich interpretiere das so, dass... Wir hatten die gleiche Diskussion ja, als wir von Schattenherz auf Will gewechselt sind. Beziehungstechnisch. Da sagten ja... Beide... Von sich und über den jeweils anderen. Das... Wobei bei Schattenherz bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Also es war auf jeden Fall auch die Frage, ob da... Ob es eine Eins-zu-eins-Beziehung sein muss. Oder ob da auch... Mehr geht. Ne? Mengenmäßig, zahlenmäßig, zur gleichen Zeit. Und ich glaube... Hat er das Schattenherz über Will gesagt? Dass Will sowas wahrscheinlich nicht wollen würde. Oder hat er es Will über Schattenherz gesagt? Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher. Ich meine, Schattenherz hat das über Will gesagt. Dass er halt so traditionell erzogen sei, dass er das nicht mitmachen würde. Er hier hingegen macht derlei offenbar mit. Das heißt... Wenn wir jetzt auf ihn wechseln... Als Partner... Und es dann noch einmal irgendeine Liebelei geben sollte... Zu einem anderen Gefährten... Also, ne? Gender-neutral gesprochen. Dann... Wäre er... Mit im Boot. Also, er bliebe dann. Dann hätten wir eine... Eine Dreiecksbeziehung letztlich. Ich entscheide jetzt Rollenspielerisch, dass Trink hier so etwas noch nie hatte. Und davon höchst fasziniert ist. Und deswegen total darauf hinarbeitet. Deswegen. Aber wir fragen noch mal ein bisschen genauer. Ihr glaubt nicht an Monogamie. Es hat seinen Platz, aber es ist nicht für mich. Der Wolf macht es für Leben. Aber der Beer riecht frei. Und Partner hat es, wie seine Instinkte diktiert. Ich muss ehrlich sein, meine Natur zu bleiben. Und Sie zu Ihren. Ja, die Frage kann ich beantworten. Also, er unterschreicht es. Also, er ist wechselnden Beziehungen, Schrägstrich Dreiecksbeziehungen gegenüber aufgeschlossen. Die Beziehung mit ihm bliebe erhalten. Auch wenn wir dann noch mal eine andere Person hinzunehmen. Vielleicht könnte man jetzt auch wieder Schattenherz dazunehmen. Keine Ahnung, ob das jetzt wieder geht. Aber ich weiß nicht mehr genau, wer jetzt hier der Transitionelle war. War das Wille oder war das Schattenherz? Das müssen wir gleich rausfinden. Also, ich werde mit Wille reden. Geh deine Zeit. Ich werde wartet. Zeit, um die Hände zu drücken. Was würdet ihr davon halten, jemand anderen in unsere Beziehung zu involvieren? Okay, also. Natürlich ist es hier so geskriptet, dass es ja kein Theater und kein Drama gibt. In der realen Welt wäre das eine ganz andere Situation. Und ja, Wille ist da sehr auf was 1 zu 1 Artiges ausgerichtet. Aber die Chance, dann mit Halsin noch mal eine andere Person dazuzunehmen, das finde ich zufällig. Also, ich rede es hier als Trinkli natürlich, ja? Also, ja? Ganz bestimmt. Also. Option 2, ja? Ich lese es aber nicht vor, das ist zu traurig. Will ist sehr, sehr traurig. Aber natürlich hat sich das hier skriptmäßig gleich wieder gefangen. Ja, jetzt sind wir mit Halsin im Bunde. Im ehelichen Bunde. Naja, wir haben nicht geheiratet. Hast du Zeit, um mit deinem Partner zu sprechen? Ein potenziell delikates Thema, das ich verstehe. Ja, ja, habe ich. Ich habe es versucht, doch Will wollte nichts davon wissen. Exklusiv oder gar nicht. Ich kann das niemandem verübeln. Es ist nicht so, dass jemand dich für sich selbst zu halten möchte. Auch wenn es nicht mein Weg ist. Ich kann das niemandem verübeln. Es ist zwar nicht meine Art, doch ich kann es verstehen, wenn jemand euch für sich alleine haben möchte. Ja, das kann ich auch verstehen. Er hat seine Entscheidung getroffen. Nun treffe ich meine. Ich will euch. Ich wünsche, es hätte nicht auf dem Kosten eines anderen Geht. Aber ich will das. Ich will dich. Geh in deine Bettung, wenn du bereit bist. Aber nicht erwartet, dass du viel sleept hast. Es liegt auch ein bisschen bedrohlich. Aber steckt mir in die Brille. Was ist denn jetzt mit Schattenherz? Ist sie jetzt wieder im Spiel? Oder wie sieht das jetzt aus? Orins kleine Display war nur um uns zu retten. Wir müssen nicht sie zu gelassen lassen. Aber wir müssen, dass wir alle gleich wieder alert bleiben müssen. Ja. Orins Aufritt sollte uns verstören. Das dürfen wir nicht zulassen. Aber wir müssen trotzdem wachsam bleiben. Trinkiel wischt das mit einer Handbewegung weg. Ach, Orin ist mir doch gerade völlig egal. Vergessen, Orin. Da kriegt er jetzt ganz große Augen. Okay. Wir sollen uns von ihr nicht irritieren lassen. Nur Trinkiel hat das hier gerade schon wieder völlig vergessen. Denn wir haben Wichtigeres zu tun. Können wir hier... Nee, wir können sie, glaube ich, nicht wieder ansprechen. Mit diesem Widerfahren. Fine. Was ist auf Ihrer Meinung? Was ist uns widerfahren? Wie bewähre ich mich eurer Meinung nach? Haben wir lange nicht gefragt. Wie behältst du dich? Nicht so modest. Ich kann mich nicht erinnern, die letzte Mal, dass ich jemanden wie dich kennengelernt habe. Vielleicht habe ich das niemals. Und ich will nie wieder. Mhm. Okay, also ich glaube... Sie ist nicht wieder reaktivierbar. Wobei ich auch ehrlich gesagt nicht mehr genau weiß, ob sie nicht auch so die Will... Äh... Ansicht hatte. So, jetzt können wir noch mit allen über Orin sprechen, aber... Da trinken jetzt gerade überhaupt keine... Überhaupt keine Bestrebungen. Die einzige, ich vielleicht auch ein bisschen mal anzusprechen, wäre es... Karlach. Copper für Ihre Gedanken. Ja. Ne, okay, nix. Und Jahira, wenn wir gerade mal hier sind. So, Bals chosen is a doppelgänger. Ich sollte nicht beurteilen. Sie haben sich niemals von seinen favoriten Servanten. Orin testen Sie. Either sie denkt sich selbst ein Predator, mit ihrem Essen zu spielen. Oder sie wehrt, was Sie tun können. Gut. Na ja, also... Bals Auserwählter, also Orin, ist also ein Doppelgänger. Das überrascht mich nicht. Sie waren immer seiner Lieblingsdiener. Orin prüft euch. Entweder hält sie sich für ein Raubtier, das mit seiner Beute spielt, oder sie fürchtet das, was ihr tun könntet. Ja, bestimmt letzteres. Ah ja, wir können das mit ihr, äh, äh, intensiver über diese ganze Ori-Thematik sprechen. Das machen wir dann doch. Ihr scheint Erfahrung mit Doppelgängern zu haben. Ach. Das alles beginnt zu sein, ein bisschen zu familiar für meine Lieblingsdiener. Hm. Die letzte Mal, ich habe Doppelgängern gefahren, der Balspon-Serevok, hat sie benutzt, um die Stadtverordnung zu verabschieden, um seinen Reise zur Macht. Aber Orin ist mehr Predator als Politiker, ich denke. Sie will einfach, uns zu schämen, isoliert. Sag dem Herrling, was Orin guckt. Es scheint, Gortash und Orin haben ein bisschen ausgeliefert. Wir sollten das aufgeliefertigen. Aha. Ja, also, sie sagt, ja, das mit den Doppelgängern kommt mir alles unangenehm bekannt vor. Als ich das letzte Mal gegen Doppelgänger gekämpft habe, hat Balboot-Serevok sie benutzt, um die Stadtregierung zu unterwandern und selbst an die Macht zu kommen. Ja, das kennen wir ganz genau aus Baldur's Gate Teil 1. Gasgrin kann ein Lied davon singen. Aber Orin ist eher Raubtier als Politikerin, glaube ich. Sie will einfach, dass wir uns gejagt fühlen. Isoliert. Ja, das haben wir gerade ganz schlechte Kartenbeiträge. Sag dem Fürstchen, dass Orin zusieht. Also, diese Worte hat sie, glaube ich, nicht gesagt, oder? Offenbar hatten Gortasch und Orin ein kleines Zerwürfnis. Wir sollten das nutzen. Erstaunlich. Orin ist also ein Doppelgänger. Hatte ich so bisher nicht gesehen. Es hieß Gestaltwandler. Es hieß Gestaltwandler, aber nicht Doppelgänger. Jetzt wissen wir, dass spielmechanisch ein Doppelgänger hinter Orin steckt. Was ich als Spieler ein bisschen überraschend finde, da Doppelgänger bisher im Spiel, und da kann ich Baldur's Gate 1 einschließen, Doppelgänger hatten bisher niemals einen Eigennamen. Wenn man die erledigt hat, dann hieß es immer Doppelgänger. Oder auch im Kampf schon, wenn sie sich enttarnt haben. Hier ist es immer Doppelgänger. Wenn Orin auch ein Doppelgänger ist, ist sie die Erste, die einen Eigennamen hat. Interessant. Gut, noch irgendwas? Nö, das haben wir schon thematisiert. Okay, Trinkiel, na dann. Mach dich mal hübscher, bist du schon. Ja, ansonsten hat ja keiner was zu erzählen. Wir gehen an die Nachtruhe, die für Trinkiel wahrscheinlich keine sein wird. Aber umso entspannter ist er dann am nächsten Tag. Wir müssen aufpassen, dass Jena nicht in der Nähe ist. Sie läuft sonst kreischend zurück in die Rippington Slums. So, die Katze wiegt immer noch ein bisschen komisch, aber wer weiß, was da dahinter steckt. So, wir machen jetzt das hier, zu Bett gehen, genau. Ja, Jena hat an ihrem ersten Tag als Campköchin nicht viel zu tun, denn ich habe tatsächlich eine Käseplatte für die Helden vorbereitet. Wir werden das Stück Durinbold Käse kosten. Natürlich auch ein Stück Käse aus Tiefwasser und ein Stück Berregoster Blau, auch wenn der nicht wie ein Blauschimmelkäse aussieht. Dazu gibt es natürlich ein bisschen Weißbrot und ein bisschen Obst, nämlich Birne und Trauben. Und einen amnischen Dessertwein und auch einen guten Rotwein namens Baldwurst Traube. So. Lange Rast. So, ähm, Achtung, ähm, äh, mitterjährige Zuschauer, jetzt bitte wegschauen. Oh, you came. I was concerned, you might have had doubts or that this might have all been too soon. von Riegel ist ein Halbwald-Elf, ne? Ich sehe Parallelen. No, ob zu drei auf alle Fälle. Ist der große, starke, Erzdoide Hall sieht etwa nervös? Wie süß. Ich habe fast Angst, kann ich vielleicht nicht aufhören, bis ich euch verschlungen habe. Okay, Diengiel, ich hoffe, du hast ein bisschen, ähm, wachenlosen Kampf trainiert. Könnt ihr sich jetzt auszahlen. Habt keine Angst. Ah, ich würde hier eher sagen, ich vertraue euch. Das ging aber schnell. Das ging sehr schnell. Der hat so eine Stripperhose angehabt. Die kann man nach vorn wegziehen, dann ist man direkt nackt. Jetzt kommt es raus, riegel ist Urin. Just as nature intended. Come here to me. Forgive me. Ich, äh, lost the run of myself. Sometimes, if blood runs hot enough, it's difficult to tame the beast. Okay, also, ich erinnere mich als, oh, Diengiel, du hast richtig Brustbehaarung. Meine Güte. Soll ich dich aber nicht desigend. Ich erinnere mich daran, als Baldur's Gate 3 frisch erschienen war, August 2023, irgendwann, da gab es ja ein Wettkampf, wer zuerst, ähm, eine Liebesszene mit diesem Bären hinbekommt. Die war ja vorher schon angeteasert worden mit diesem Eichhörnchen, dem eine Eichel aus den, aus den Fingerchen fiel, ja? Ihr erinnert euch? Ich glaube, da stehen wir ganz kurz davor. Das war völlig ungeplant von meiner Seite. Na gut. Verzeiht mir. Ich habe mich gehen lassen. Wenn mein Blut in Wallung gerät, kann es schwer sein, die Bestie zu zähmen. Schön, dass ich diese Wirkung auf euch habe. Nun kommt her. Ich brauche keine weitere Entwirkung. Ich brauche keine Entwirkung. Ich blöcke keine Entwirkung. Wo? Das war's für heute. Das war's für heute. Das sind irgendwelche homoerotischen Beziehungen, sind bestimmt nicht das, weswegen die Mehrheit hier als Zuschauer dazukommt in dieses Let's Play. Aber es hat sich nun mal so entwickelt und das ist für Drinkiel und den Let's Player völlig in Ordnung. So, jetzt sammeln. Wir wollen weiter durch Rivington marschieren. Und ich möchte ganz ehrlich Will ganz gern endlich mal diese Robe ausziehen. Die ist so hässlich, dieses Türkis und dieses Braun. Echt, das ist wirklich, das ist furchtbar. Aber es ist eine mächtige Robe. Wir müssen die färben, oder? Ja, ganz dringend. Also, ich hoffe, wir können diese Farbe mal ändern, weil jedes Mal, wenn Will in Großaufnahme ist, da stellt es mir die Nackenhaare auf. Haben wir bitte irgendwelche Farben hier mal geklaut? Ich such mal welcher. Wir haben hier oben das Drachling General Färbemittel. Welche Farbe auch immer das ist, wir nehmen das mal, beziehungsweise wir machen das mit Will direkt. Achso, dringend, gehen wir gleich mal in dieser Kiste. So, Will. Hallo, Will, hey. Hast was zu tun hier. Also, nimm mal bitte mal das bei dir rein. So, wie war das? Das habe ich bisher erst einmal gemacht. Kombinieren. Genau das. Und jetzt will ich mal gucken, wie diese hässliche Robe hier also ist. Also, das kleine Bildchen geht ja noch. Aber hier dieses Braun, dieses Türkis. Und dann in der Mitte dieser völlig andere Blauton. Also, das ficht mich wirklich an. Und dann, das passt auch alles nicht dazu. Ich hoffe, da kommt das sinnvolle Ball raus jetzt. Das Rot ist definitiv besser, auch wenn Rot nicht meine Farbe ist. Aber das gefällt mir hier deutlich besser. Jetzt harmoniert das Rot des Mantels mit dem Rot der Robe. Ja, sehr gut. Also, das, äh, wie ist das? Das Drachling-Generalfärbenmittel ist also ein, ein, ein Rotton, ein Blutrotton. Auch wenn das da gar nicht drin steht. Gut. Abladen. So. Weil Will bleibt in der Gruppe drin. Ich bin jetzt so daran gewöhnt, diesen Hexer dabei zu haben. Der ist ja auch durchaus multifunktionell einsetzbar. Das möchte ich nicht ändern. Ähm, Jenna, wie war deine erste Nacht hier? Ich brachte mein eigenes Pairing-Kliff. Dir geht's gut. Ähm, da wir dieses Lager noch nicht kennen und hier seht, dass hier eines in der Ecke ist, möchte ich mir die auch noch kurz anschauen. Dieser Stall hier. Ist vermutlich uninteressant, aber wer weiß, ob wir hier wieder rasten oder wo die nächste Rast stattfindet. Aber es ist wohl tatsächlich, äh, hier liegt eine Karotte im Schlamm. Ja, komm, also. Ich bleib da liegen. Also, gut, dann. Auf, auf. Lager verlassen. Wir sind weiter im Zirkus der letzten Tage, haben hier aber nichts mehr zu tun. Hm. Haben hier aber nichts mehr zu tun. Genau richtig. Also, geht mal raus und ein bisschen weiter durch Rewinken. Was ist denn hier für ein Streit? So ein kleiner Streit sich mit den beiden hier? Oder So ein Männer, ein Knabe. Ist hier die Jungs bereit? Sie scharen mit den Hufen, wie lautet der Plan? Sucht nach Flüchtlingen, die alleine reisen oder dumm genug sind, das Lager zu verlassen. Erinnert sich daran, dass das unsere Stadt ist und wir hier keine Parasiten dulden. Ach, das sind irgendwie die Gossenschläger. Er will sich mit Flüchtlingen prügeln. Aha. Die plappern auch alles nach, was ihr Vater sagt. Ihr Vater kann einschätzen, wie viele Flüchtlinge Waldos Tor aufnehmen kann. Also, andere können das nicht, aber ihr Vater kann das. Spannend. Kinara, kennen wir die? Sarah Finions Zock. Die, die hier rumstehen, die sind alle nicht ansprechbar. Ist wahrscheinlich auch besser so, sonst käme ich ja gar nicht weiter. Ist das das hier oben? Ist das eine Art... Oh, eine Schmiede. Ist ja Dammon. Den haben wir ja verloren. Im letzten Licht. Gildrow Winkeleisen, der Schmied. Wenn du ein Künstler bist, gehst du in den Shop. Otherwise, klick auf. Ach, der Laden ist unten. Ach, so, das habe ich nicht gewusst. Wenn ihr etwas kaufen wollt, geht runter in den Laden, sonst verschwindet. Was verkauft ihr? Na ja, Schmiede. Der Schmiede kann dir mehr erzählen. Sieht hier rostige Waffen, die er vielleicht zum Aufarbeiten bekommen hat. Hier einige neue Sachen. Ja. Alles, was man hier in seiner Waffenschmiede erwarten würde. Und er sagt, der Laden ist unten. Wo ist denn unten bei ihm? Wo ist unten? Ah, das ist unten. Aber was ist das hier? Was ist das für ein Räumchen? Ach, da kann man auch reingehen. Das ist vielleicht sein Wohnhaus. Verstehe. Na gut, da haben die Helden jetzt keinen Grund, da reinzulaufen. Na da gehen wir mal rein. Winkeleisensschmiede. Warenhaus Rivington. W-w-w-w? Wer ist wie wo? Ach, wir werden angesprochen. Also, der... Ihr Arbeitgeber ist der Ansicht, sie wäre... Sie wäre faul, aber eigentlich hat sie uns jetzt gerade sehr beflissen angesprochen. Ex-Wikjab. Seid mir gegrüßt. Herzlich willkommen im Rivington Warenhaus. Bitte seht euch vorsichtig um. Die Waffen sind scharf. Also, Rivington kann bisher nichts aussetzen. An ihr. Hi! Oder eine Blade? Oder ein Bogen? Oder eine Dagger? Oder vielleicht eine Speer ist eher dein Ding? Du siehst, wie du wirst, wie du eine Speer benutzt hast. Mit Speer? Was hast du gesagt? Also, eine imposante Erscheinung, vor allen Dingen dieser goldenen Rüstung. Das findet Trinkiel beeindruckend. Sie bietet uns ganz viele verschiedene Waffen an. Legt uns einen Speer besonders warm ans Herz. Seid ihr, dass sie die Waffen des Schmieds verkauft? Ja, das ist mir. Oh. Also, Trinkiel findet bisher hier nichts an ihr auszusetzen. Gut, vielleicht kann sie nicht rechnen. Das kann schon sein. Aber er hat ja gesagt, sie wäre faul. Grandiker Kerl, nicht wahr? Auf der anderen Seite. Aber er ist ein leichtes Herz. Wie Moltenstel. Auch. Er ist eine lebende Legend. Wissen Sie, dass er den besten Schmied in Rivington seit sieben Jahren in der Reihe hat? Oh. Und, 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 er sagt, dass wenn ich aus Schmiede, kann ich sogar einen Schmied auf den Anvil haben. Und, er sagt, wenn ich genug verkaufe, lässt er mich vielleicht sogar an den Amboss ran. Also, bester Schmied von Rivington, das, das beeindruckt, Trinkiel nicht. Mal so viele Spiele wird es hier in Rivington nicht geben. Wir haben als Benchmark, als Vergleich, haben wir Damon, der ordentlich gearbeitet hat, wann immer wir ihm über den Weg gelaufen sind. Der da oben hingegen ist grantig und säuft. Und die Schmiede sieht aus, als wäre sie jetzt schon eine Weile lang nicht wirklich heiß gewesen. Also, so ganz kann Trinkiel ihr nicht folgen. Ex-Vic-Jab. Ich würde mir lieber andere Ziele setzen. Euer Boss wirkt auf mich nicht gerade großzügig. Ihr wisst nicht, wie ich ihn mache. Der, wie er arbeitet, der Schmiede, die Tons, der doppeltfassene Schmiede. Ich würde nichts tun, was er macht. Oh Gott. Sag ihm nicht, ich habe das gesagt, will ich? Ich liebe mich wirklich meinen Job. Ich versuche es. Nein. Sie lässt sich von ihrer Meinung, von ihrer Einschätzung nicht abbringen. Sie bewundert seine Arbeit. Ich würde alles geben, um das zu können. Also, wie er mit dem Schmelzofen der Zange und dem großen Spiegelhammer umgeht. Es geht immerhin um Gyldron Angleiron, also Winkeleisen. Um der Götter willen. Wüsstet ihr, wie gut er ist, würde es euch ganz genauso gehen. Glaubt mir. Na gut. Also, es scheint eine gefestigte Arbeitgeber-Arbeitnehmerin-Beziehung zu sein. Insofern. Oh, yay. Was haben wir denn? Wir kaufen ein paar Sachen. Ein paar Pfeile, klar. Pfeile des Untoten Tötens wollen wir haben. Monster töten sowieso. So, dieses Säure haben wir immer genug. Jetzt haben wir da noch schönes. Noch weitere Pfeile. Achso, oh, hier. Die guten Rauchpulverpfeile. Transposition können wir auch Zweige brauchen. Konstrukt töten nehmen wir auch. Das ist ja teuer. So, Eis. Dunkelheit. Was haben wir alles? Mehr als genug. Rollender Donner. Arkane Interferenz. Oh, da fehlen uns auch einige. Und Linderungs. Und hier diese Pfeile der. Ja, da haben wir auch drei. Ich will ja immer 20 haben, wenn möglich. Hier verglichen und gekauft. So, ihren Mater haben wir auch genug. Sehr schön. Feuerpfeile auch. Was hat sie sonst so schönes? Gehen wir mal durch. Laura ist eine, ein Kurzschwert, eine Finesse-Waffe. Diese Klinge gehört zu den wenigen seltenen Schwertern, die von der Eukalyptus-Liga geführt wurden. Einer Gruppe enorm reicher Quartisanen, die den Großteil von Luskans Basaren beherrschten. Gibt Glückssträhne des Lauerers. Im Kampf bewirkst du zusätzlichen nekronischen Schaden bei Kreaturen, die noch nicht am Zug waren. Du hältst einen Bonus von Plus 1 auf Initiativewürfen und bist bei Attributswürfen auf Wahrnehmung im Vorteil. Ich will echt nicht überlegen, ob ich das nicht Tringil kaufe. Tringil ist ein Fernkämpfer, das wird auch so bleiben. Aber wenn ich Tringil diese Waffe kaufe und ihn in der bei normalen Welterkundung und dergleichen mit dem Nahkampfwaffen-Set rumlaufen lasse, aktiviert, dann ist das ja aktiv, dieser Bonus. Wenn er Tringil Plus 1 auf Initiativewürfe, gut, er ist eh sehr, sehr früh dran in der Regel, aber Plus 1 kann nicht schaden, auch wenn das jetzt nicht wichtig wäre. Aber Tringil wäre bei Wahrnehmungswürfen im Vorteil, da würden wir Schattenherz ein bisschen entlasten. Wir verlassen uns ja momentan sehr auf Schattenherz, was die Wahrnehmerei angeht. Natürlich hat Tringil nicht die Boni, was die Wahrnehmung angeht, wie Schattenherz, aber im Vorteil zu sein, ist doch trotzdem gar nicht so schlecht. Das ist eine viel nasse Waffe. Den Susu und Dolch, den tun wir natürlich nicht weit weg, weil, wenn wir gegen Magier kämpfen, dann müssen wir halt dann umstellen. Dann verliert Tringil halt eine Aktion. Wenn wir im Nahkampf mit dem Susu und Dolch was machen wollen. Ja, also das finde ich gar nicht schlecht, dieses Ding. Sagen wir hier, Knochendornkleidung. Sieht komisch aus, sieht aus wie diese bayerische Lederhose. Exoskelett-Durchhaltevermögen. Verringere jeden erlittenen Schaden um zwei. Wenn der Träger von einem Nahkampfangriff getroffen wird, erleidet der Angreifer zwei Stichschaden. Das ist so eine tankige Rüstung. Das wäre was für einen Mönch, weil das nur Kleidung ist. Diese Rüstung ist mit scharfen Zacken und knubbeligen Knoten besetzt. Als wären die Zähne einer uralten Kreatur tief in das leichte Leder versenkt worden und stecken geblieben. Das ist was Berserkeriges, beziehungsweise etwas Mönchiges, würde ich jetzt für uns nicht kaufen. Es ist heutzutage schwierig, ein Schurke zu sein. Jeder rechnet ständig mit einem Überraschungsangriff. Diese Handschuhe sorgen dafür, dass der Angegriffene nicht lange genug überlebt, um zu entscheiden, ob er überrascht wurde oder nicht. Gibt selten überrascht, du erhältst einen Bonus von plus 1 auf Initiativewürfe. Ja, nett, aber nicht unbedingt erforderlich. Aber hier, betrügerischer Angriff. Dein hinterhaltiger Angriff bewirkt zusätzlich 1 bis 4 Energieschaden. So, das gilt auch im Fernkampf, richtig? Das ist das Nächste, was ich mit Trinkern kaufen muss. Wir haben da momentan die Giftmischerhandschuhe, aber die sind jetzt nicht so toll. Wir haben noch andere Sachen hier. Fingerfertigkeit. Die kann man, glaube ich, fast verkaufen. Bei der Driegel hat Fingerfertigkeit auf 20. Bewirkst du möglicherweise ein Malus bei Angriff und Rettungswürfen auf das Ziel. Diesen Rabenbeschwören, das habe ich noch nie gemacht. Komm, der verkauft mal ein paar Sachen. Ich verkaufe jetzt hier die Handschuhe der Macht und diese Rabenhandschuhe und dafür nehme ich diese hier. Die finde ich viel besser. Das wird teuer. Jetzt haben wir hier weiter. Tanzende Brise. Kleine Blutflecken sind mit der Klinge verschmolzen, als würde sich die Gläfe davon ernähren. Eine Gläfe also. Hat einfach nur eine Waffenverzauberung plus 2. Keine besonderen Verzauberungen und Effekte. Uninteressant. Ein gewisser gnomischer Abenteurer war dafür bekannt, dass er dieses Stück gebrauchte, um seinen Feinden auf steilen Abhängen zu entwischen. Ja, auf steilen Abhängen, die... Na, wobei, müssen nicht Schnebel fallen, wie auch immer sein. Also, konnte man auf steilen Abhängen den Feinden entwischen. Aber das ist Unsinn. Er tat es nur einmal und der Feind war ein Erdrutsch. Also, Schildschlag ist ein Schild, wenn dich ein Gegner mit einem Nagelabhänger gekrifft kannst du da... Okay, versuch ihn umzustoßen. Also, den Schildschlag hat natürlich mehrere Schilder. Schildkanalisierung. Der Schild hüllt den Träger im Kampf zu Beginn seines Zuges in Energiekanalisierung. Moment. Was ist denn das? Hiebstich und Wuchtschaden gegen die betroffene Kreatur wird um 1, wo verbleibend im Zug verringert. Wenn die Kreatur Schaden erleidet, er während sie noch mindestens 5 verbleibende Züge hat, bewirkt sie 1-4 Energieschaden. Ja, aber auch zum einen auf alle. Also, es ist... Ja... Der Schild hüllt den Träger im Kampf zu Beginn seines Zuges in Energiekanalisierung. Aber wie viele Runden? Immer plus 1. Dann kommen wir über plus 1 nicht hinaus. Dann fängt der Kampf an. Wir kriegen plus 1 Energiekanalisierung. Das heißt also, eine Runde lang. Dann ist es vorbei. Dann kommt die zweite Runde. Der Held mit dem Schild kommt wieder dran. Geht es wieder um 1 hoch. Dann kommst du ja nie über 1 hinweg. Das heißt, dieses unten... Wenn die Kreatur Schaden erleidet, während sie noch mindestens 5 verbleibende Züge von Energiekanalisierung hat, wird Energieschaden ausgeteilt. So weit kommen wir dann nie. Weil hier nicht steht, dass es 1 W6 zum Beispiel, Runden Energiekanalisierung, obendrauf packt pro Zugbeginn. Wenn das so wäre, dann könnte man auch die 5 erreichen. Aber es steht hier nicht. Deswegen bin ich da unsicher. Außerdem, unser Main Tank ist... Kalach und die kämpft als Zweihänder. Also, ich würde das nicht kaufen. Auch wenn das nicht völlig uninteressant ist, das Schild. Der Schild vielmehr. Elfenrüstung. Drinkelhorch genau zu. Das Gewicht der ineinander verwobenen Stahlringe ist durch kluge elfische Handwerkskunst perfekt verteilt. Das Kettenhemd klirrt leise auf deinem Unterrock und fühlt sich fehlerleicht an. Gibt elfische Wendigkeit. Der Träger erhält einen Bonus von plus 2 auf Initiative Würfe und ist bei Geschicklichkeitsrettungswürfen im Vorteil. Du bist im Tragen dieser Rüstung geübt. Es ist eine mittlere Rüstung. Plus 2 auf Initiative ist natürlich durchaus etwas, was man mal sich überlegen muss. Es hat ein Schattenherz. Leuchtende Rüstung. Ich bin aber überlegen, ob wir Schattenherz diese Rüstung kaufen. Es war ein Punkt weniger RK, aber Schattenherz ist ja eh eher aus dem Kampfgetümmel raus. Und ist dann früher dran durch den Bonus auf die Initiative. Wobei Geschicklichkeitsrettungswürfen im Vorteil zu sein, kann Schattenherz auch nicht schaden. Wir erinnern uns an die Detonation in der Scheune. Das war bestimmt ein Geschicklichkeitsrettungswurf, den man dabei machen musste. Also für Schattenherz finde ich das nicht so uninteressant. Außerdem ist Schattenherz auch elfischen Bluts. Und da passt das auch optisch ganz gut. Das, was sie momentan trägt, ist schon recht klobig. Und das mit diesem leuchtenden Zeug hier, das war in den schattenverfluchten Landen, wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Außerdem steht hier noch, der RK-Bonus dieser Rüstung, die sie jetzt trägt, ist auf 2 limitiert. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob wir da noch mehr rausholen können, wenn wir die Rüstung wechseln. Aber ich würde das bei Schattenherz sehen, diese Rüstung. Weiter geht's. Schwer plus eins, das ist alles uninteressant. Das ist normaler Standardkram hier. Das haben wir hier, der Rüstung. Und das ist Schienenpanzer, das ist auch normaler Standardkram. Ja, genau. So, haben wir denn was zu verkaufen? Wenn dann bei Karlach. Aber, habe ich da alles schon weggetan? Ach nee, hier. Wir verkaufen dir diesen Clownshammer. Den, den wird niemand benutzen. Rostiges Beil kann er aufpolieren. Ja, ich habe ja letzte Episode nochmal ein bisschen gezockt bei dem Elementar. Deswegen haben wir einen umgekehrten Regumhang. Wer ihn trägt, wird ständig nass. Ja, kann sie auch kriegen. Den Ring verkaufen wir lieber an die Tieflingskinder, damit die was zu tun haben. Und dieses Schminkzeug auch. Dann haben wir momentan nicht viel mehr als das. Wir hätten genug in der, in der Kiste. Ja, okay, also. Wir machen jetzt mal das hier. Es hat jetzt sehr viel Barschaft. Das ändern wir aber gleich. Willst du mehr? Willst du weniger? Willst du verkaufen? Willst du kaufen? Du weißt, wo ich bin. Bye! Ja. Genau. So, jetzt erstmal hier umstellen. Damit ich das nicht vergesse. Also, Schatten... Nee, Schattenherz... Nee, wir müssen jetzt schon bei Drinkel bleiben. Du verteilst diese Rüstung an Schattenherz. Schattenherz hat eine RK17. Das müsste jetzt eine RK16 werden. Ja, ist okay. Für den Initiative-Bonus. Und es sieht viel besser aus. Ach, guck mal. Es sieht wirklich viel besser aus. Ja, diese Rüstung hier, die leuchtende Rüstung, die würde ich mal an... ...das Lager senden. Drinkel bekommt diese Pirscherhandschuhe. Und den Lauerer. Aber den Susuradorich, den behalten wir. Wobei, den Susuradorich kann man ja sogar hier dazu tun. Richtig, weil... ...wir jetzt hier eine Finanze-Waffe haben, mit... ...wo man, ähm... ...mit beidhändigen Kampf sogar arbeiten kann. Das ist noch viel besser. Sehr schön. So, die Fackel. Dahin. Haben wir noch was gekauft? Nein. So, jetzt würde ich mal, äh, die Episode beenden. Denn ich habe jetzt vor, ins Lager zurückzukehren. Und unsere gefühlten Eindutzend-Beute-Beutel aus den Schattenverfluchten landen. Mal ein bisschen, äh, hier abzuladen bei ihr. Zumindest, ähm, der Gestalt, dass sie die Sachen bekommt, die für einen Schmied logisch sind. Also Waffen und Rüstungen. Da haben wir eine ganze Menge. Die würde ich ihr gerne alle verkaufen. Und damit einiges an Gold zurückholen. Wir haben im Moment relativ wenig. Nur noch 11k. Das muss besser werden. Jetzt habe ich hier eine Händlerin, die sehr viel Geld verdient hat und sehr viel neue Sachen ankaufen wird. Aber dieses ins Lager gehen, hierher verkaufen, das muss ich euch alles nicht zeigen. Außerdem denke ich, dass die Episode lang genug ist. Jetzt und... Daher ist hier Schluss. Und weiter draußen vor der Tür der Schmiede geht es dann für euch im nächsten Teil. Bis dahin. 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 Bis dahin.